und los. So Leute, kurzes Update hier auf diesem Kanal. Falls ihr euch fragt, warum gerade zurzeit keine Streams kommen, will ich euch das kurz beantworten. Hat jetzt nicht den Grund, dass ich irgendwie keine Lust habe auf Streams oder so, sondern hört es vielleicht, ich habe ein bisschen Husten. Okay, der war jetzt ein bisschen auf Krampf rausgebracht, aber ich muss wirklich ständig alle zwei, drei Minuten husten und das will ich euch nicht antun in den Streams. Deshalb, ich trinke weiter meinen Hustensaft. Also ich habe jetzt nichts Schlimmes oder so, ich habe einfach nur ein bisschen Husten und sobald er weg ist, gibt es dann wieder neue Streams. Aber ich wollte euch das nochmal kurz mitteilen. Ich habe aber auch noch kein neues Bild oder so angefangen. Ich werde mich dann dieses Wochenende ans Video setzen für den Hauptkanal und sobald dann der Husten weg ist, können wir auch wieder streamen. Also bis dann.